Hallo nochmal, hier noch ein weiteres Gedicht meines Vaters, ganz kurzes diesmal, das heißt Abendsonne. Aus sonnigen Wolkenhöhen schwingt sich ein Vöglein ins Tal, die rosigen schwingen, sie leuchten im goldenen Abendstrahl. Ja, dann wollte ich mich nochmal bedanken, und zwar an die, auch an die, die mir natürlich nette Mails schreiben, aber ganz besonders an die Hater, denn ich habe für mein letztes Video, glaube ich, zwölf oder dreizehn Daumen runter bekommen, und nur ein hoch. Und ob ihr es glaubt oder nicht, liebe Hater, das macht mich glücklich, denn auch wenn ich mich wiederhole, denn auch davon wird in der Bibel besprochen, und zwar heißt es dort, Matthäus 10, 22, und ihr müsstet gehasst werden von jedermann um meines Namens Willen. Wer aber bis ans Ende beharret, der wird selig. Also ist es ganz logisch und selbstverständlich, dass man, wenn man natürlich in der heutigen Zeit sagt, dass man Christ ist, dass man das Wort Gottes über YouTube verkünden möchte, auch anderen Menschen davon erzählen möchte, dann wird man natürlich gehasst, belächelt und so weiter. Und da ich so viele negative Posts und auch Daumen runter bekomme, das zeigt mir, dass ich auf einem guten und richtigen Weg sein muss. Insofern, liebe Hater, schreibt mir noch viele liebe Hater-Posts und gibt mir ganz viele Daumen runter. Das macht mich sehr glücklich. Aber natürlich freue ich mich auch über freundliche Posts sehr und zwischendurch kommen auch mal Leute, die mir schreiben, dass sie für mich beten. Ich bin für jedes Gebet sehr, sehr, sehr dankbar und glücklich und kann nur sagen, dass ich momentan über jedes Gebet sehr dankbar bin und es auch sehr gut gebrauchen kann. Insofern, kurzes Video, aber das wollte ich nur mehr von der Seele reden. Gott schütze euch und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video. Ciao.